Guten Abend zu 3 am Runden Tisch. Gestern haben sich viele Klimaschützer auf Initiative von Arnold Schwarzenegger in der Hofburg in Wien zum Klimagipfel getroffen. Doch wer kann das Klima wirklich noch retten? Hagelunwetter bei uns, ein Tornado in Tschechien und 50 Grad Celsius diese Woche in Kanada. Wie geht der Weg weiter zwischen Kollaps und Zuversicht? Meine Gäste heute für Sie sind Helga Kromkolb, Klimaforscherin und der Aufsichtsratsvorsitzende von Infenion Deutschland und Aufsichtsrat der Föstalpine Wolfgang Eder. Für Sie beide ist jetzt die Arena 3 am Runden Tisch eröffnet. Ich freue mich, wenn Sie vor allem miteinander diskutieren. Als erstes Thema interessiert mich, was fahren Sie denn eigentlich für Autos oder haben Sie gar kein Auto mehr, Frau Kromkolb? Mit welchem Auto fahren Sie, wenn Sie mit dem Auto fahren? Jetzt muss ich direkt nachdenken. Ein alter Skoda, aber er fährt wenig. Er steht hauptsächlich und er ist übernommen von einem Familienmitglied, das sich was Neueres angeschafft hat. Und das ist halt jetzt unser Transportmittel. Weniger für Personen als eher für Dinge, die man halt transportieren muss. Ich fahre einen Hybrid aus dem Reich von VW und genieße es eigentlich, gehe so 35 Kilometer in etwa elektrisch. Das reicht also für die normalen Touren, die man während des Tages macht und beginne mich daran zu gewöhnen, elektrisch zu fahren damit. Aber zeigt das nicht, die Welt steht tatsächlich auf den Kopf, was das Klima betrifft? Die Klimaforscherin fährt einen alten Diesel- oder Benziner, der Industriemanager und Aufsichtsrat von Weltkonzernen fährt elektrisch. Ja, aber so, wenn Sie sagen, in der Stadt oder was man im Laufe des Tages macht, das mache ich halt mit dem Fahrrad. Und daher steht das Auto auch. Was in Wien auch, das muss man dazu sagen, leicht ist, weil es einen öffentlichen Verkehr gibt in Wien, der wirklich eigentlich vollkommen ausreichend ist. Und daher man eigentlich in der Stadt kein Auto braucht. Ich muss das dazu sagen, weil einfach so viele Menschen irgendwo am Land sind, wo sie keine Möglichkeit haben, aufs Auto vollständig zu verzichten. Ja, ich bin dabei. Meine Frau und ich haben uns ein E-Bike gekauft vor kurzem. Und wir sind auch dabei, zumindest teilweise umzusatteln, wenn die Witterungsbedingungen passen, wenn es verkehrsmäßig passt. Aber es ist schon richtig, Wien hat eigentlich sehr gute Voraussetzungen für Radfahrer. Und ich meine, ich komme aus Linn, bekannt, glaube ich. Da sind die Dinge auch am Besserwerden. Aber natürlich geht es da sehr stark auch darum, in die Umgebung rauszufahren, die Landschaft zu genießen. Aber ich habe schon vor, auch beruflich das Fahrrad zu verwenden. Wie gesagt, jetzt nicht unter allen Bedingungen. Gut, der alte Benziner oder Diesel, der Hybridmotor, wenn wir das jetzt umlegen. Ich habe es schon angesprochen bei der Begrüßung. Großer Klimagipfel gestern. Sie sagen heute im Kurier, Frau Kromkolb, der Klimawandel schreitet fort. Wir werden auch so hohe Temperaturen bald haben wie in Kanada. Trotzdem, Schwarzenegger hat angesprochen, dass man nicht zu viel Alarm schreien soll. Die Leute wollen es nicht mehr hören. Wie geht es denn Ihnen beiden eigentlich mit dem vielen Alarm schreien? Und haben Sie für sich das Gefühl, jetzt müssen Sie anders leben, anders agieren? Also zum einen bin ich zutiefst überzeugt, dass dieses anders agieren auf Knopfdruck nach vielen Jahren und Jahrzehnten einer gewissen Lebensweise nicht funktioniert. Sondern dass es eine gewisse Zeit zur Umstellung braucht. Man muss bewusst damit vielen Dingen umgehen. Aber ich möchte also auf das kurz eingehen, was Sie erwähnt haben, diesen Alarmismus. Und da gibt es ein sehr prominentes Beispiel, das mich eigentlich sehr bedrückt hat. Guterres, der UNO-Generalsekretär, damit der höchste politische Repräsentant dieser Welt, hat am 2. Dezember letzten Jahres gesagt, unser Planet ist kaputt. Ich finde also diese Art von Umgang mit dem Thema verfehlt, um das sehr vornehm auszudrücken. Einfach deswegen, weil stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Unternehmen verantwortlich, Sie sind Geschäftsführer, Sie sind Vorstand. Stellen Sie sich vor, Sie stellen sich vor, Sie stellen sich vor, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sagen, unser Unternehmen ist kaputt. Wie reagieren die da drauf, was passiert? Und insofern bin ich also unter dem Stichwort Klimavernunft für eine Vorgangsweise, die konsequent das Problem angeht, die konsequent aber daran glaubt, dass wir das Problem lösen können. Weil es gute Gründe gibt, daran zu glauben. Nur wenn wir von vornherein sagen, das ist ein unlösbares Problem, ja woher nehmen wir dann die notwendige Unterstützung? Aber das sagt ja die Wissenschaft nicht. Im Gegenteil, die Wissenschaft sagt ja, es ist lösbar, aber nur wenn wir gleich handeln. Und um das auch noch vielleicht richtig zu stellen, meine Aussage war, dass die 50 Grad, die jetzt in Kanada sind, bei uns nicht unmöglich sind. Ich habe nicht gesagt, dass sie in den nächsten Jahren kommen. Ich glaube, es ist aber ganz wichtig, dass die Wissenschaft einfach auch darauf hinweist, wohin steuern wir. Und das ist nun einmal nicht erfreulich. Aber es darf eben nicht dabei bleiben, sondern man muss sagen, wohin steuern wir. Aber man muss auch sagen, wie können wir das verhindern, dass wir dorthin kommen. Und was meine Botschaft in der Regel ist, ist ja, dass der Weg dorthin vieles andere auch verbessert. Das heißt, dass es nicht darum geht, dass wir jetzt nur CO2 reduzieren, sondern dass wir im Zuge des Reduzierens von CO2 zugleich viele andere Sachen verändern, die verändert gehören. Aber mich interessiert, wo ist Ihr persönlicher Kipppunkt gewesen? Der ist wahrscheinlich schon länger zurück als bei Ihnen, wo Sie gemerkt haben, für sich, es muss tatsächlich auch jeder für sich etwas machen. Ich stelle es zur Debatte oder vielleicht hat es eh keinen Sinn, wenn jeder Kleine etwas macht. Vielleicht müssen die Großen was machen. Aber wo war Ihr Kipppunkt und wann war der? Also ich kann das nicht festmachen. Also die Tatsache, dass man sich um die Umwelt kümmern muss und zuerst halt Luftreinhaltung und dann Atom und dann Klima, das ist so eins ins andere übergegangen. Also einen Kipppunkt in dem Sinn hat es nicht gegeben. Vielleicht am ehesten noch die Frage, genügt es, wenn man selber was tut oder muss man noch was anderes tun? Und ich bin halt der Meinung, dass man auf zwei Ebenen, also zumindest Menschen, die in einem Beruf stehen, wo Ihnen das möglich ist, müssen auf zwei Ebenen agieren. Und das eine ist sozusagen als Privatmensch und im Beruf das, was halt leicht, leicht so unter Anführungszeichen, was innerhalb des Systems geht. Aber dazu noch zusätzlich daran mitarbeiten, dass die Rahmenbedingungen sich ändern, sodass mehr geht. Und das ist das, was mir heute sehr stark in vielen Fällen abgeht. In Österreich, bei der Wirtschaft, wenn man das verallgemeinern darf, ich tue es ungern, weil es durchaus auch viele Wirtschaftsunternehmen gibt, die da nicht nur selber vorbildlich sind, sondern auch bemüht sind, die Rahmenbedingungen zu verändern. Aber Sie haben mal gesagt, in den oberösterreichischen Nachrichten, Herr Eder, man will Europa entindustrialisieren. Und der Klimahype in der Neuen Züricher Zeitung, haben Sie gesagt, das ginge so nicht, das ist ein Klimahype. Deswegen noch vorher die Frage, Kipppunkt. Können Sie, Frau Kromkolb, sagen, wann war Ihr Kipppunkt oder wann wird er sein? Vielleicht war er noch nicht. Ich glaube, das Zitat ist ziemlich alt. Das ist eine mir richtig erinnern, es ist aus 2004 oder 2005. Und mein Gott, Kipppunkt, schauen Sie, wo habe ich zum ersten Mal begriffen, was Umwelt und Schutz der Umwelt bedeutet, geht sehr weit zurück. Ende der 50er Jahre, ich bin am Attersee aufgewachsen, war der Attersee überladen mit Abwässern aus den Gemeinden dort. Und im Sommer hat der schöne See, vor allem wenn es heiß gewesen ist, einen Geruch ausgestrahlt, der einen das Schwimmen vermiesen konnte. Und dann kam die Idee mit dieser Ringkanalisation. Und ich habe mir damals als Kind gedacht, das kann ja nie funktionieren. So etwas Riesiges da um den großen See hat relativ schnell für österreichische Verhältnisse in den 60er Jahren funktioniert. Und da habe ich die erste Lehre für mich daraus gezogen. Die Dinge sind, wenn man will, sehr rasch sanierbar in Ordnung zu bringen. Denn binnen zwei Jahren war aus diesem See, der halt umweltmäßig kritisch war, plötzlich ein riesiges Trinkwasserreservoir geworden. Ich bin in meiner Jugend auch viel am Attersee gewesen und deswegen weiß ich, es gab die Attersee-Krankheit. Das war ein ziemlicher Durchfall. Richtig. Die war dann auf einmal weg. Die gab es dann nicht mehr. Aber das ist natürlich ein leichterer Fall, weil da hat nicht jeder einzelne Haushalt sein Verhalten verändern müssen. Sondern sozusagen, was nachher passiert ist, ist zentral geregelt worden. Und das ist jetzt beim Klima eben ein bisschen anders. Also es geht leider nicht so, dass wir irgendwo den großen Hebel umlegen und alle anderen können so weiterleben wie bisher. Sondern es ist etwas, was tatsächlich jeden betrifft. Sowohl der Klimawandel selber als auch die Maßnahmen, die man setzen muss, um dagegen anzukämpfen. Nein, nein, das stimme ich Ihnen absolut zu. Nur mich hat auch berufsbedingt immer mehr berührt, was kann ich im Großen über die berufliche Schiene machen. Was kann ich mit dem Unternehmen, Öders Unternehmen machen. Und da gibt es einen zweiten Event, der mich sehr geprägt hat. Stichwort Sauerregen in den 80er Jahren. Und da war Österreich nördlich der Donau sehr stark betroffen. Und da hat man vermutet, dass das halt aus Österreich kommt, die Ursachen. Und dann gab es Untersuchungen, woher kommt der Eintrag. Und das Interessante war, dann ist man draufgekommen, dass 70 Prozent aus der damaligen Tschechoslowakei mit den vorherrschenden Ostwetterlagen gekommen sind. Und das Interessante war, glücklicher Zufall, da wurde dann mit der Ostöffnung die Situation völlig anders. Warum? Weil in der kommunistischen Zeit dort völlig veraltete Anlagen betrieben wurden, ohne die notwendigen Umwelteinrichtungen, mit entsprechenden negativen Emissionen, die dann nach Österreich gekommen sind. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs hat sich das Problem von selbst gelöst. Naja, von selbst. Naja, da wurden dann diese Anlagen außer Betrieb genommen oder modernisiert. Und damit ist das Problem über die kommenden oder über die nachfolgenden zehn Jahre mehr oder weniger von selbst, hat sich von selbst gelöst. Haben Sie den Eindruck, der Herr Eder ist zu viel mit dem grünen Mäntelchen heute ins Studio gekommen? Er hat jetzt seine persönlichen Erlebnisse erzählt. Aber sozusagen, ich habe ja versucht darauf hinzuweisen, dass ich glaube, dass es einfach einer stärkeren Unterstützung des Klimaschutzgedankens bedarf. Und vielleicht kann ich Ihnen etwas sagen, was Ihnen das vielleicht erleichtert. Und ich denke, wir können uns darauf verständigen, dass die wissenschaftliche Basis für das Pariser Klimaabkommen auch von Ihnen akzeptiert wird. Dass das nicht etwas ist, was Sie infrage stellen. Ja oder nein? Nein, absolut. Absolut. Also ich stelle überhaupt nichts in Frage, was das betrifft, sondern ich spreche mich nur dafür aus, dass man, wie gesagt, mit Vernunft über das Thema Klima redet. Und in einem kann ich Ihnen nicht so ganz recht geben. Ich glaube, dass ja in vielen Unternehmen das Thema Umwelt viel intensiver, unaufgeregter und professioneller abgehandelt wird als am politischen Parkett. Ich kenne viele Unternehmen, denen das ein riesiges Anliegen ist. Aus Gründen, auf die wir vielleicht auch noch kommen, aber die mehr oder weniger etwas im Verborgenen liegen, wird den Unternehmen dann meistens unterstellt, naja, das ist Greenwashing, das ist alles nur Aufputz nach außen. Ich kann Ihnen nur eines sagen, ich würde mir wünschen, dass wirklich alle Gesellschaftsbereiche so intensiv an der Zukunft, nämlich an einer lebbaren Zukunft arbeiten, wie die Unternehmen. Dann würde ich aber, dann würde ich erwarten, dass auch bei dem gestrigen World Summit, dass da einige der Herren, es waren glaube ich fast ausschließlich Herren, die da geehrt wurden, wirklich knallrot anlaufen im Gesicht. Wenn die Frage ist, ist das ehrlicher Umweltschutz, ehrlicher Klimaschutz oder ist das Greenwashing? Und da waren auch welche dabei, die das vollkommen verdienen, eine Anerkennung. Und da sind andere dabei, wo ich mir denke, also wenn man sich, und auch Politiker, wenn man sich das sozusagen, sich da darstellt oder darstellen lässt, als Vorreiter im Klimaschutz in Österreich, dann gehört da einfach eine gewisse Gutsbe dazu, die nicht mehr gemacht ist. Da gab es Kritik, weil der Generalsekretär der Wirtschaftskammer, der Herr Kopf, zum Beispiel geehrt wurde. Aber brechen wir es doch nochmal runter. Die Wirtschaftskammer Tirol, glaube ich, ist es, die immer noch leugnet, dass es den Klimawandel gibt. In der Zeitschrift der Wirtschaftskammer wird immer wieder hinterfragt, ob es den Klimawandel gibt. Ich glaube, es gibt im Klimawandelthema eine Fülle von echten und ernsten Problemen, die man nur gemeinsam lösen kann. Aber die Tatsache immer wieder in Frage zu stellen, das ist einfach absolut kontraproduktiv. Da bitte ich aber schon auseinanderzuhalten. Organisationen, die sich als Standesvertretung sehen, vielleicht es auch sind, und die Unternehmen. Ich spreche bewusst von den Unternehmen. Und ich kenne relativ viele Unternehmen nach so vielen Jahren in der Industrie. Und das nicht nur in Österreich. Und ich kann nur eines sagen, da ist bei fast allen, die ich kenne, so viel ernster Wille dahinter. Nämlich, dass das Umweltthema mindestens so ernst genommen wird, wie das Thema der eigenen Strategie in Richtung Zukunft. Die Dinge sind ja auch verbunden. Ja, aber wie erklären Sie dann, dass die Interessensvertretungen, und da nehme ich die industriellen Vereinigungen nicht aus, aber durchaus auch die andere Seite, nur die steht jetzt nicht am Tisch, aber wie erklären Sie das dann, dass diese Institutionen die eigentlichen Bremser sind? Kaum kommt irgendein Vorschlag, bevor der Vorschlag überhaupt noch am Tisch liegt, bevor man ihn überhaupt analysieren kann, heißt schon jetzt. Wie kommt das zustande? Das kann man, glaube ich, ja hier, also das kann man ja nicht klären. Aber ich frage mich jetzt... Nein, Herr Eder hat sich ja beworben um die Leitung der industriellen Vereinigung. Da muss ja die Institution irgendwie auch... Lassen Sie mich jetzt was Suffisantes dazu sagen, dann wäre es vielleicht auch anders. Ja, das würde ich hoffen. Okay, das halten wir fest. Wenn Herr Eder IV-Vorsitzender wäre, wäre es anders, dann gäbe es mehr Greenways. So direkt habe ich es nicht gesagt. Aber verstehen Sie beide, also es ist immer wieder die Argumente, auch in der Redaktion, in der Vorbereitung der Sendung, solange Chinas Industrie so ist, wie sie ist, solange Braunkohle dort verwendet wird, solange der Amazonas täglich abgeholzt wird, solange Containerschiffe mit Schwerdieselöl durch die Weltmeere fahren, solange es Kreuzfahrtschiffe gibt, dass sich manche Leute denken, was soll ich denn da überhaupt bewirken, was kann da ich überhaupt machen? Ich meine, das Argument ist irgendwie naheliegend, aber trotzdem falsch. Es ist, ich meine, für wen fahren die Kreuzfahrtschiffe? Für wen fahren die Container? Für wen wird produziert? Nicht zuletzt für die Österreicher und Österreicherinnen. Das heißt, da bin ich jetzt dafür differenziert zu betrachten. Und ich glaube, das muss man einfach auch sehen. Und dann muss man schon sagen, das muss man wirklich ehrlicherweise sagen, dass China, gemessen an den Herausforderungen, vor denen China selber steht, ein sehr ambitioniertes Klimaprogramm hat. Also 2030 den Gipfel erreichen und 2050 CO2-neutral sein, das ist wirklich ambitioniert. Und ich bin der Meinung, sie werden uns noch davonlaufen. Wenn Österreich so weiter tut, wird China noch vor Österreich sein Ziel erreichen. Es wird China vor Österreich klimaneutral sein. Österreich möchte das 2040 erreichen, Finnland 2034. Und zwar, indem aber mit Hilfe der Grünen, Zustimmung der Grünen in Finnland, Atomenergie weiterverwendet wird. Aber klimaneutral 2034. Gute Idee, Herr Eder? Ich glaube, bei uns im Moment und für diese und möglicherweise die nächste Generation eine Idee, der man nicht näher treten wird. Da gibt es aus der Vergangenheit einfach Verhaltensweisen begründet, muss ich wirklich dazu sagen. Und ich glaube nicht, dass man das bis 2034 umdrehen kann. Ich schließe aber nicht aus, dass in der übernächsten Generation und in Folgegenerationen dieses Thema auch bei uns, also in den Ländern Europas, in denen die Atomkraft derzeit tabu ist, wieder aufs Tapet kommt. Und einfach deswegen, weil man natürlich technologisch lernt, weil Fortschritte gemacht werden und weil man möglicherweise 2040 feststellt, also die Klimaneutralität, die globale 2050 können wir ohne Atomkraft nicht erreichen. Mit auch nicht, das ist ja das Problem. Aber finden Sie Spinnen, Spinnen die Finnern oder? Also ob die Finnern spinnen, weiß ich nicht, obwohl sie schon reint. Sagt ein finnischer Politiker selber, ob sie schon reint. Ich glaube, dass es eine falsche Entscheidung ist und dass Sie es bereuen werden. Also jetzt völlig unabhängig von der Sicherheitsfrage. Und da mag es vielleicht Fortschritte geben, obwohl ich auch da sehr große Zweifel habe, weil die Atomenergie einfach eine Energieform ist, wo sehr konzentriert sehr hohe Energie beisammen ist. Und das ist immer ein Problem von wegen der Sicherheit. Aber Atomenergie ist unheimlich teuer. Sie ist auch zu langsam. Die durchschnittliche Bauzeit, wenn man die Planungszeit einmal wegrechtlegt, also im besten Fall ist bei fünf Jahren durchschnittlich, ist noch länger. Und wir haben nur mehr zehn Jahre Zeit, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Nicht um zu planen, wie wir es denn vielleicht machen werden, sondern zu reduzieren. Und das heißt, die Atomenergie, selbst wenn ich eine glühende Befürworterin wäre, müsste ich jetzt sagen, sie kommt zu spät. Das haben wir verschlafen. Diese Option geht nicht mehr. Was machen wir mit der Gier, die jetzt schon noch zu spüren ist, gerade nachdem wir so aus diesem Tal rauskommen. Die Pandemie ist momentan zumindest einmal ruhig. Es gibt kaum Fallzahlen. Es ist ein großes Bedürfnis zu reisen. Es ist ein großes Bedürfnis, Urlaube zu buchen. Skiurlaube sind ausgebucht, schon jetzt, für den kommenden Winter. Hoffentlich gibt es einen Schnee. Hoffentlich gibt es ein Schnee. Genau, das Klimathema rückt nach hinten. Gleichzeitig gibt es die Sehnsucht nach Aufschwung. Sind das schlechte Zeiten jetzt für den Klimaschutz? Ich hätte mir gewünscht, dass der Ausstieg aus dieser Krise zugleich ein Einstieg in die Nachhaltigkeit wird. Das ist noch nicht zu spät. Aber wir haben in vielen Bereichen eigentlich falsche Signale gesetzt. Wir haben auch einiges, die Politik hat einiges gemacht, was in die richtige Richtung geht. Aber so richtig, wie das manche Länder gemacht haben, wo sie wirklich gesagt haben, und jetzt machen wir in einem Gesamtkonzept, wie schaut die Industrie aus, wenn wir dekarbonisiert werden? Wie schaut die Arbeitswelt aus? Wie schaut die Mobilität aus? Und dass man das in eine Gesamtvision setzt und dann schaut, was sind die Schritte dorthin und wo braucht man das Geld jetzt und wo können wir später was machen? Was können wir selbst, wo braucht man die EU? Das fehlt mir halt. Aufschwung wichtiger jetzt gerade als der Klimaschutz, Hardcore? Naja, also so völlig ausschließend braucht sich das Ganze nicht. Wir haben zuerst über Radfahren gesprochen. Wenn ich mir gewisse Entwicklungen anschaue, dann deuten die schon auf ein Umdenken hin. Aber ich halte es auf der anderen Seite auch nicht für realistisch zu glauben, dass in den zwei, drei Jahren, die Corona geprägt sind, wirklich punktgenau die Schienen für eine entsprechend neu orientierte Zukunft zu legen sind. Das wird länger brauchen, schon deswegen, weil viele technologische Entwicklungen, da ist man mittendrin. Aber was soll noch passieren? Die 50 Grad in China, bei uns der Tornado an der Grenze, die Future for Fridays, die Generation, die sagt, sie gehen auf die Straße, sie wollen so nicht mehr. Ich glaube, das ist der Eindruck von mir richtig. Viel warten geht nicht mehr. Warten geht auch aus Klimagründen nicht. Und ich glaube, es gibt vieles, wo man, also zum Beispiel, wenn man Häuser thermisch saniert, das heißt, sie hitzeresistent, aber auch kälteresistenter macht und dann die Heizungen umstellt, dann beschäftigt das unheimlich viele Leute in Österreich, und zwar Klein- und Mittelbetriebe, die es dringend brauchen können. Und zugleich ist es ein Schritt in Richtung Klimaschutz. Wenn wir jetzt Eisenbahnen bauen, wenn wir Radwege, ja, auch die natürlich, wenn wir begrünen die Städte, das sind alles Schritte, die die Arbeit erfordern, wo der Staat Geld investieren kann, das dann auch Werte schafft. Da ist nachher was da. So wie in Amerika die Nationalparks, die sind geschaffen worden zu einer Zeit, wo es darum gegangen ist, Menschen in Arbeit zu bringen. Aber in Los Angeles wurden die Straßenschienen in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts rausgerissen, weil General Motors das aufgekauft hat und gesagt hat, L.A. soll eine Autostadt werden. Das könnte ich jetzt sagen, das ist ein typisches Beispiel, wo die Wirtschaft falsch agiert hat oder falschen Druck geübt hat. Aber es zeigt, wie mächtig die Wirtschaft sein kann, wenn sie das will. Und ich würde mir halt wünschen, eine starke Wirtschaft, die Druck macht auf die Politik, die säumig ist. Schauen Sie, die Wirtschaft macht immer Druck in die Richtung, die zum jeweiligen Zeitpunkt aus der Sicht der Wirtschaft richtig erscheint. Kurzfristig. Kurzfristig. Naja, ob das kurz- oder langfristig ist, weiß man immer erst hinterher. Aber es geht immer um Gewinn, es muss um Numbers gehen, es muss um Zahlen gehen. Naja, das ist der Unterschied zwischen Politik und Wirtschaft. In der Politik geht es um Stimmenmaximierung, in der Wirtschaft geht es letztlich auch um langfristig investieren zu können, um Gewinnmaximierung. Das ist ja das große Spannungsfeld. Nur heute zu sagen, es war damals falsch, objektiv gesehen natürlich, die Schienen wegzureißen, aus damaliger Sicht war möglicherweise das Auto die bessere Lösung, nicht nur jetzt unter Umweltaspekten. Das heißt, man tut sich relativ leicht, da Ex-Boss dann die Dinge zu kritisieren. Aber jetzt muss ich eines sagen, weil Sie auch angesprochen haben, Entschuldigung, weil Sie angesprochen haben, bauen wir neue Bahnen, Schienenwege. Wenn ich mich erinnere, die rollende Landstraße vor 20 Jahren in aller Munde, was ist davon übrig geblieben und warum? Weil der Diesel zu billig ist, ist wenig davon übrig geblieben, sagen die Umweltschützer. Sondern aus ganz anderen Gründen. Man ist dann draufgekommen, dass man das Schienennetz massiv ausbauen müsste. Wenn ich das Schienennetz massiv ausbaue, dann habe ich sofort wieder die Bodenversiegelung. Wenn ich die Verlade-Terminals... Die Bodenversiegelung haben wir jetzt durch Straßen. Da ist mir die Bodenversiegelung durch Schienen lieber. Bin ich hundertprozentig verinnert. Das heißt, Stopp, nicht bauen eines Lobautunners, was heute in den Zeitungen herumschwirrt. Das Ministerium möchte das neu prüfen, ist eine gute Idee. Ich finde das neu prüfen von Ideen, die vor 20 Jahren geboren wurden, finde ich gut. Weil damals war das Klimathema nicht so auf der Tagesordnung. Und damals hat es keine Ziele gegeben für die Klimadiskussion. Also das finde ich eine gute Idee. Da gibt es aber Zusagen für viele Wohnungen. Da heißt es jetzt, die könnte man da nicht bauen, weil sonst würden alle diese 60.000 Menschen, die dort wohnen sollen, weiter durch die Donaustadt fahren. Das ist ja nicht gesagt. Das ist eine Frage dessen, wie man sie transportiert. Und wohin sie überhaupt transportiert werden müssen. Ich glaube, wir haben eine Zeit lang eine Politik gehabt, dass sozusagen irgendwo Wohnräume gibt und irgendwo anders gibt es Arbeitsräume und irgendwo dritten gibt es Einkaufsräume. Und das hat sich als Irrtum erwiesen. Das ist eine falsche Politik gewesen. Und da kann man jetzt systematisch diese Politik revidieren. Heißt das, dass das Homeoffice auch über die Pandemie hinaus das Thema der Zukunft ist? Was sagen Sie beide? Darf ich zuerst zu dem, was Sie jetzt gesagt haben, noch was sagen? Sie haben zuerst eingemahnt, dass wir in den nächsten zwei bis drei Jahren alle Zukunftslösungen haben sollen. Eine Vision, wo wir hingehen, mit der wir uns orientieren können. Aber wissen Sie, die Visionen, manche Visionen lassen sich realisieren. Bei manchen Visionen kommt man auf halbem Weg drauf, dass es einfach nicht geht. Dann brauche ich Alternativen. Und das ist ja der Grund, warum die Dinge nicht so schnell funktionieren, wie wir es gerne hätten. Wir haben jetzt noch fünf Minuten. Und ich würde es gerne besser verstehen. Was kann jetzt und gleich getan werden? Kann jeder von Ihnen beiden drei Argumente bringen? Und unter jetzt und gleich verstehe ich in den kommenden zwei Jahren. Herr Ida. Na ja, schauen Sie, das, was etwas zu kurz gekommen ist jetzt in der Diskussion und von Ihnen zuerst angesprochen wurde, nämlich, dass jeder in seinem persönlichen Bereich mehr tun kann oder die meisten mehr tun können als bisher, ist aus meiner Sicht nicht zu bestreiten. Das heißt, hier bewusster entsprechende Schritte zu setzen. Was heißt das, nicht mehr im Internet bestellen, kein Fleisch mehr essen? Was würden Sie sich vornehmen? Nicht mehr und kein, diese absoluten Ansagen, das würde dann heißen, dass es in fünf Jahren oder in zehn Jahren kein Auto mehr gibt, dass man alle möglicherweise Veganer sind, dass es keine Rinder mehr gibt, weil die auch umweltmäßig kritisch sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit so generalisierenden Ansagen habe ich große Probleme. Man muss das differenzierter sehen und man muss eine Art Generalplanung machen, wo meiner Meinung nach in der Wirtschaft erste Schritte da sind, weil erzwungenermaßen, zu Recht erzwungenermaßen, gibt es die Klimaziele, gibt es 2040, gibt es 2050 und die Vorlaufzeiten in der Industrie sind sehr lange. Da muss ich jetzt wirklich drüber nachdenken, wie ich das erreiche. Solche Dinge könnte man im privaten, im persönlichen Bereich genauso machen, auf kürzere Zeiträume. Aber es gibt ja viele Vorstudien und viele Vorarbeiten. Also eine sozial-ökologische Steuerreform könnte man sofort machen. Es gibt die Beispiele aus Schweden, aus anderen Ländern, es gibt die Studien von österreichischen Wissenschaftlern. Man müsste sich nur entscheiden, mal über den eigenen Schatten zu sprechen. Okay, Steuerreform, eine Einmöglichkeit. Sozial-ökologische, ganz wesentlich das soziale und das ökologische müssen zusammengedacht werden. Veganer und Vegetarier kriegen Steuererleichterungen. So würde ich es auch nicht sehen, sondern ich würde einfach die Anreize dafür erhöhen. Und das, was wir sozusagen schlecht machen, also das billige Fleisch, das darf eben nicht billig sein, sondern das muss teurer werden. Das Schlechte muss aufhören. Und ich glaube, da kommt man auch um Verbote nicht herum. Ich nehme das in den Mund. Welche Verbote? Ich brauche zum Beispiel keine Elektrogeräte mehr anbieten mit irgendeiner Energieeffizienz von CD oder so irgendetwas. Warum nicht nur A-Effizienz? Das sind Sachen, die man sehr leicht machen kann. Man kann Tempo reduzieren bei den Straßen. Das sind alles Sachen, die leicht und sofort gehen. Und das ist noch etwas, was ich schon mitgebe. Natürlich gibt es Bereiche, wo man nicht schnell eine Lösung findet. Aber umso wichtiger ist es, dass man die anderen schnell macht, weil wir haben nur eine bestimmte Menge an CO2, die wir als Österreicher noch in die Atmosphäre bringen dürfen. Und je länger wir sie in all diesen Sachen, wo wir leicht agieren könnten, nicht tun, desto weniger bleibt übrig für die Industrien und die Bereiche, die wirklich die Zeit brauchen. Wir müssen schon zu einer Schlussrunde leider kommen. Die Zeit ist heute so schnell vergangen. Aufsichtsratsvorsitzender Infineon Deutschland und Aufsichtsrat Vöstalpine. Zwei Weltunternehmen, zwei an Sie Forderungen. Können Sie hier zwei Wünsche anbringen vielleicht? Ja, also mein Wunsch, mein primärer Wunsch ist wirklich mitwirken dran, dass wir dieses Ziel einhalten können, dass wir uns darauf verständigen, das Ziel ist zu erreichen. Wir dürfen nicht versagen unserer Jugend wegen. Wie machen wir es? Konstruktive Beiträge von der Wirtschaft, von den Wirtschaftsvertretern. Das wäre mein primäres Anliegen an, ich sage noch einmal, die Wirtschaft, obwohl ich weiß, dass es viele Unternehmen gibt, die hier schon sehr vorbildlich sind. Das heißt, Sie sagen jetzt Frau Professorin zu, dass Sie in der nächsten Möglichkeitrunde doch IV-Chef werden? Das Thema ist für mich abgehackt. Und es gibt viele andere spannende Aufgaben. Was ich zusage und wo wir wirklich mittendrin sind, ist, dass die Unternehmen, wo ich Einfluss habe, wirklich massiv und mit großer Überzeugung versuchen, und ich glaube, wir werden das auch schaffen, die Ziele, die wir uns als Europa und Welt gesetzt haben, zu erreichen. Das andere ist, jeder persönlich muss schauen, und das ist eine andere Ebene, aber genauso wichtig, dass er mit sich und der Umwelt für die Zukunft Frieden schafft. Das ist, glaube ich, ein Schlusswort, das wir nehmen können. Dem kann ich mich durchaus anschließen. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, glaube ich, kann das von jedem gefordert werden. Dann haben wir konstruktiv was zusammengebracht. Die Klimaforscherin kann dem Industrieaufsichtsrat und Manager zumindest in diesem Punkt recht geben. Herzlichen Dank, dass Sie beide hier bei drei am runden Tisch waren. Danke. Ja, meine Damen und Herren, ich bedanke mich sehr auch bei Ihnen für Ihr Interesse. Hier geht es jetzt weiter mit Universum History und den Amazoninnen, und zwar sehr außergewöhnlichen Frauen in Afrika, die eine weibliche Elite-Truppe waren und ihre Freiheit erkämpft und verteidigt haben gegen die französische Kolonialmacht. Das zahlt sich also sehr aus, wenn Sie dranbleiben. Herzlichen Dank für heute und auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017